Ein guter Anwalt ist nicht ständig am Golfplatz. Ein dynamischer Anwalt wird nicht gleich am Anzug erkannt. Ein erfolgreicher Anwalt führt eine Kanzlei von Teamplayern. Er hat die Fäden in der Hand und den Überblick. Er löst die Probleme Ihrer Ehe, bei denen Sie nicht mehr weiterkommen. Egal, wer Ihr Partner ist. Er bietet Ihnen umfangreiche Beratung bei der Gründung Ihres Unternehmens. Er berät Sie und meldet Ihre Marke an. Vertraulichkeit garantiert. Und schuldet Ihnen jemand Geld. Er verwendet die richtige Betreibungssoftware. Natürlich können Sie Ihr Testament zu Hause verfassen. Der Anwalt Ihres Vertrauens aber garantiert die Umsetzung Ihres Willens. Ein Anwalt muss mit seinen Klienten auf Augenhöhe stehen. Die Fälle so persönlich behandeln, wie sie auch sind. Und gewinnen, was zu gewinnen ist. Wenn Sie wollen, ist Alexander Scheer Ihr Anwalt. Erstgespräch kostenfrei. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist nicht Headache. Das ist ja wichtig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.